Hey Leute und Damen und Willkommen zu einer kleinen Runde Quick Survival Games Heute habe ich mal ein tolles Thema am Start Okay, toll ist das nicht Nämlich musste ich meinen PC neu formatieren Warum eigentlich? Also, es begann so, als ich mal wieder auf so einer illegalen Seite unterwegs war Oh, lecker, eine Angel Okay, als ich mal wieder auf so einer illegalen Seite unterwegs war, habe ich mir ein Virus eingefangen Und was natürlich nicht so gut war Denn ich konnte nichts mehr auf dem PC machen Wirklich gar nichts Ich konnte weder mir irgendein Video anschauen, aufnehmen oder sonst noch was Alles klar Uuuuh Ich bin gerade momentan richtig gut gelaunt Denn ich habe mir eine Face Game gekauft Endlich und ja Natürlich bin ich mal wieder zu dumm, diese Face Game einzustellen Ich glaube, die Runde gewinnen wir sogar Ich bin mir nicht sicher, aber ich bin nur scheiße auf Gomme Immer, ich kann auf jeden Server gut spielen, aber nicht auf Gomme Und dann denke ich mir so Alter, was ist da los? Ist mein kleiner Hase ein Jude oder was? Gott, Alter, mein Dad ist gerade reingekommen Yolo Gott, der kotzt gerade richtig an Ja, nice Ich glaube, die Runde gewinnen wir auch sicher Und da ich ja mein PC neu formatiert habe, ist auch alles flüssiger Und ich freue mich auch wirklich gerade ein paar Runden für euch aufzunehmen Kleiner Penner, Alter Nice Hey, warum bekomme ich Schaden? Was ist da los? Nein Alter, was ist das für ein minderwertiger Admin? Ist nicht normal Dreckiger Hurensohn Fick dich, Alter Admin Shotbite, Missgeburt Bist so inkompetent, diesen Server zu leiten Hurensohn Ioo, jetzt wurde ich auch noch gebannt Wahrscheinlich Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal